Jo, was geht ab, Freunde? Hey, hier kommt eine neue Reaction von mir. Und an erster Stelle muss ich mal sagen, die schlechte Kameraqualität hat endlich ein Ende. Also jetzt momentan habe ich noch eine schlechte Kamera. Aber endlich, meine Linse, Alhamdulillah, ist endlich angekommen, Freunde. Meine Kamera ist gerade am Laden. Später werde ich alles einstellen. Und dann ab morgen hoffentlich wieder Vollgas mit geiler Qualität und ebenfalls auch die Streams. Wir sind ja nämlich so gut wie jeden Tag live auf Twitch. Dort heiße ich JaviTV, auch alles in der Bio. In dem Sinne, wir machen heute, reagieren wir auf ein Video von dem Kanal Gem und Jen. Habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Aber ich wurde aufmerksam auf dieses Video. Burak vs. Emine, die Wahrheit, Eskalation Frankfurt. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hier ist, glaube ich, Fortsetzung von Part 2. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, hier ist wieder so ein bisschen Action. Auf jeden Fall in dem Sinne, ihr wisst, wie der Hase läuft. Let's go, Freunde. Sie hatten Corona und so. Oh, ich stehe, okay. Du hast mich Prostituierte genannt und du hast gesagt, meine Mutter macht immer die Beine breit. Immer. Wir sind wieder back in Frankfurt mit euren bekannten Gesichtern. Emine. Queen Drama. Mhm. Also wir haben mitbekommen, es waren in der letzten Zeit ein paar Umstreitigkeiten, aber die sich anscheinend, denke ich mal, geklärt haben. Aber ich glaube, es wird lustig mit ihr als Interviewerin, weil sie hat so eine lustige Stimme. Wenn wir jetzt im Folgenden herausfinden. Also, ähm, beginnen wir mal mit dir. Wir hatten so eine Cepho-TV gehabt und wir haben so ganz normal gedreht, ähm, unter uns. War alleine was eine Cepho-TV? Es war ein bisschen so lustig und, äh, ganz am Ende, also hinter der Kamera war das halt so, dass sie eben ein bisschen so, äh, Alkohol sich genommen hat. Also ich weiß, dass sie jetzt nicht absichtlich gemacht hat, das war alles nur wegen Alkohol. Aber dann war sie so komplett anders und hat sie so ein bisschen bei mir gemuckt und so. Und da dachte ich mir so, okay, also was ist los? Also würdest du zustimmen, dass halt, ähm, durch das Alkohol warst du vielleicht ein bisschen anders drauf, hast dann auch wahrscheinlich deswegen, oder hattest du eher eine andere Sicht, war, oder fandest du, du warst nüchtern? Vielleicht, also ich war ja ein bisschen angetrunken, kann schon sein, deswegen, aber... Mashallah, dieser Augenbrauch von Emil ist heute mal wieder on-fick. Job gesell. Wäre ich nüchtern, hätte ich auch meine Meinung gesagt, weil er irgendwas gegen meinen Arsch gesagt hat. Er meinte, ich hätte einen Schimpansen-Arsch oder so. Und, ähm, dann hab ich halt gesagt, guck deinen Arsch an. Wenigstens ist meine kleine und rund. Who gon' check me? Who gon' check me? Oh shit! Oh shit! Da vorhin, äh, der Foto hat sie jetzt mehr Elefanten-Arsch so ein bisschen gesagt. Ich hab mich nicht darüber ärgert, aber... Diese Schimpanser, das war das in Insta, da wo ich repostet hab, das wollte ich nur ein Video erwähnen, aber auch nicht ein Video erwähnen. Nur das hat sie halt falsch verstanden und ich hab mich halt entschuldigt und das war so ein bisschen hin und her. Walla, schick diesen Jungen mal! Walla, schick den mal in ein Deutschkurs, oh, dann, wo hat der Deutsch gelernt, Alter? So kam's eigentlich dazu. Ja, wir haben uns mal, ähm, geschlagen, wir zwei. Mhm. Es fing so an, wir haben, ähm, diskutiert, dann haben wir uns irgendwie beleidigt. Ich hatte da auch eine Dose in der Hand, die war aber dann schon leer. Wie gesagt, das war Anfang, äh, dass wir hatten so ein Zoom-Meeting mal, mit so Frankfurt der Säne war auch noch mit da drin, ähm, ne, was für ein Meeting war da, ey, Brun, der Typ, der, äh, findet Wörter, ne? Die hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Der hat auch ein bisschen so meine Mutterbeleidigung und ich hab, genau, und ich hab halt auch gemeint, so, aber es war aus Versehen, also zwar wirklich aus, ähm, aus Wut. Hab ich dann gemeint, so, ah, sie hatten Corona und so. Das war ein bisschen rassistisch, ich weiß, ich hab mich auch danach entschuldigt und so, ähm, über diese Mutter, da hat sie auch ein bisschen so falsch verstanden, weil ich hab mir nur versucht zu erklären, was das Begriff Wut bedeutet und in dem Moment hab ich nur gemeint, dass wir jede alle Mutter haben und jeder gelöchert wurde und das hat sie wahrscheinlich ein bisschen so mit Prostituierte oder sonst was falsch verstanden, mäßig. Du hast mich Prostituierte genannt und du hast gesagt, meine Mutter macht immer die Beine breit, immer. Und, ähm, meine Mutter ist in einer glücklichen Beziehung. Sie ist schon jahrelang mit ihrem Freund zusammen. Und dann kam's direkt zur Schlägerei? Ja. Ja, das war halt zu wissen, weil sie halt... Ich sag mal so, an erster Stelle, wenn man sich gegenseitig beleidigt, also, also man soll sich nicht wundern, ne, wenn man aushält, dass man auch einstecken muss. In dem Sinne, wenn man sich jetzt gegenseitig beleidigt, dann würde ich sagen, ey, belass es doch dabei. Also, ähm, das heißt noch lange nicht, dass jetzt irgendeiner den anderen schlagen soll oder darf, weil wenn du zuerst beleidigst, dann rechne damit, dass zurückbleidigt wird, ne? Und ich wollte nur diesen Begriff erklären und da kamen mir ein paar Wörter raus und es tut mir halt leid. Okay, habt ihr, gab's dann am Ende schon so Verletzungen, die ihr durch diese Schlägerei habt? Ich hatte, ich hatte auf einmal seine Perücke in der Hand. Holla, wait a minute. Also, warte mal, du hattest vielleicht die Perücke in der Hand, weil, was jetzt keinen juckt. Aber Emin, er wurde ganz kurz zu türkisch Airlines, die ist doch kurz nach Istanbul geflogen. Holla, nein, die Arme, boah, die ist echt mies geflogen, ja. Meine Nägel waren auf einmal ab. Aber warte, aber warte, eine ganze richtige Sache vergisst. Sie hat mir die in Wodka-Dose in die Fresse geworfen. Wodka in die Dose in die Fresse? Das stimmt, man muss sagen, es hat aber, guck mal, hier, warte, hier ist die Szene. So. Man muss aber sagen, Emin hat angefangen, ja, wenn jemand eine Dose ins Gesicht geschmissen bekommt, dann ist es normal, dass man so reagiert, dass man dann zurückschlägt, ne? Also, ja, nicht wundern. Dann hab ich hier auf ihren Hagen losgegangen und dann hat sie mir eine Perücke genommen. Dann kam es erst mal zu Stopp, weil die ganzen so ein bisschen dazwischen gegangen sind. Und danach hab ich so trotzdem gelassen. Habt ihr ja, was er gesagt hat? Danach kamen diese ganzen Stopps. Und er denkt, oh, der ist Autorennfahrer, Boxenstopp. Und er war, ey, dieser Typ, der, ey, der drückt sich aus, ne? Da hat sie mir eine reingestellt und dann... Und dann hab ich weitergemacht und danach kam es nicht. Ach du Scheiße, also eigentlich hast du kaum was kassiert, sag ich das mal. Der hat halt meine Haare gezogen. Der hat mich ange... Also ich sag mal so, dieses Haareziehen auf den Boden werfen ist auf jeden Fall tausendmal schlimmer, wie er jetzt eine Klatsche gegeben hat. Ich glaub, ihre Klatsche tut auch kaum weh. Der ist ein Mann, Digga, der hat ein bisschen abbekommen, aber, ne? Als wenn das jetzt so schlimm wäre. Zeig. Ja, wegen Morddrohungen. Wegen Morddrohungen, ja. Okay, was waren das für Drohungen, die du als Morddrohungen entfandst? Sie hat ja so mehr Abonnenten als ich, mehr Reichweite anscheinend. Und das hat sie so ein bisschen mit mehr Jungs... Und sie hat ja auch so ein bisschen mehr, wie sagt man das, Umgebung halt. In dem ich ja gar keine hab. Ich hab... Ich kämpfe ja schon seit 20 Jahren, seit meiner Geburt, seit meinem Kind. Ich hab ja gar keine Freunde. Und versuche im Leben wirklich alleine klarzukommen. Und deswegen nenne ich mich auch manchmal... Also früher hab ich mich immer bossisch. Und wenn Menschen gibt, die mehr Abonnenten haben als ich und damit sogar angeben, ja, ich mach dich jetzt mit meinen Jungs fertig und so. Also das find ich echt frechheit. Und deswegen hatte ich so... Also ich hatte keine Angst, aber diese Morddrohungen hat mir ein bisschen Angst bereitet. Und deswegen hab ich's angesprochen. Was wolltest du der Emine in dem Moment sagen, so... Wenn du richtig kennst, was willst du sagen? Wirst du sagen, oh, fuck you bitching. Was willst du sagen? Kein Plan ist halt ehrenlos. Scheiße, ich würde jetzt nicht... Ehrenlos! Oh, was sagst du dazu? Ja, keine Ahnung. Also, vielleicht hab ich ein bisschen übertrieben mit den Morddrohungen, aber das waren eigentlich keine Drohungen. Sondern einfach nur so, jeder hat... Falle, wenn sich kleine Kinder gegenseitig irgendwie drohen mit Mord und keinem... Falle, man kann die doch nicht ernst nehmen, Digga. Ja, ne, niemand von denen würde so weit gehen und sowas machen, ja, ne, geschweige denn, die hätten nicht mal die Eier dazu. Ich hab ein Frankfurt-Verbot gegeben, verstehst du? Ich wollte grad Sie sagen. Also, auch noch andere Jungs haben gesagt, ey, lass dich hier nicht mehr blicken, du hast Frankfurt-Verbot. Und er hat ja letzte Woche, kann ich sagen, ja noch eine bekommen von einem Kumpel von mir. War es wegen dir oder? Weiß ich nicht. Aber ich war nicht dabei. Ich stand selber hinten, ich hab da nur rumgeschreie gehört und hab mich... Nein, okay, da tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich will jetzt hier niemanden Schutz nehmen, aber das tut mir jetzt... Bucht mir ein bisschen leid. Wenn er jetzt einfach so von einem Kerl nochmal eine Klatsche bekommen hat oder eine Bombe... Ja, das tut mir schon ein bisschen leid. Ah, nein, nein, das war eine... Das war wegen... Ah, das ist jetzt... Ah, hat er das wegen dir gemacht? Nein, weiß ich nicht. Achso, nein, nein. Das war auch so ein bisschen so, der war ein bisschen homophob und davor hat mir ein Däm so ein bisschen geschrieben. Also, ich will jetzt auch nicht so pädophil sein. Ich wusste auch gar nicht, wie alt der war. Aber seine Freundin hat dann erzählt, dass er 16 Jahre alt war danach. Und dann hab ich halt so ein bisschen angemacht mäßig. Also, ich hatte so ein bisschen Gefühle und so. Ich sollte aber... Aber Wahnsinn, das war alles. Also, das ist eine Persönlichkeitsprivatsphäre und so. Egal. Auf jeden Fall, der hat es... Persönlichkeitsprivatsphäre. Ich bin falsch verstanden, er hat sich dann zu sehr angemacht gefühlt. Eigentlich daher... Daher kam eigentlich auch diese ganze Streiterei auch zwischen uns. Dann hab ich ihn halt so hier engeren Tag gesehen, hat er zu mir halt verpisslich gesagt so. Dann hab ich das halt ein bisschen mit Humor genommen. Und an einem Tag war das mein Gar-CDs-Video gewesen. Hab ich so kurz ein Tinder, also diese Blind Date gemacht. Und da war er so ein bisschen homophob gegenüber mir mit meiner Sexualität. Und hat mich dann heimlich gekickt und wollte sich nicht blamieren. Und jeder hat gesehen, wie ich hinterher gerannt bin und hat ihn richtig auf den Arsch gekickt. Und da kam halt diese krasse Eskalation mit uns. Also kurz gefasst, er hat sich an einem 16-Jährigen im Internet reingemacht. Ne, an einem Typen. Die haben sich an der Stadt gesehen, haben sich gegenseitig getreten und dann gegenseitig die Äsche verdrückt. Und dann kam es nur noch reingelei. Ah, okay, alles klar. Ich verstehe. Ganz normaler Tag in Frankfurt. Aber ihr würdet jetzt sagen, dass ihr wieder so alles geklärt habt. Jetzt hast du nur Freundin dazu gewonnen. Ja, das ist mein Schwester. Ja. Ein bisschen gezögert zwar, aber okay. Okay, also das freut uns. Ihr habt es gehört. Ihr habt geklärt, was abgelaufen ist und was nicht. Und danke, dass ihr dabei wart. Alter, Digga. Was? Das langweilige Kacke, Digga. Wir wollen nur Action sehen, Digga. Wir wollen Fäuste, wollen Fight sehen, Digga. Ding, ding, ding. Nein, Spaß. Freunde, das war es mit dem Video, ja? Ja, okay. Wenn die es geklärt haben, ne? Freue ich mich ja darüber. Dass es zu keiner Schickerei mehr kommt. Dass sie das mit Worten klären konnten. In dem Sinne. Nein, Spaß. Das war es mit der Ragschnack aufs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace.